Da stelle ich mir jetzt einen vor, der Leidenschaft nicht gerne den ganzen Tag in Facebook rumhängt. Für mich ist das jemand, der auf den ganzen Tag surft und die Internetwelt maßgeblich verändert. Herzlichen Glückwunsch, jemand, der im Alltag integriert ist, vielleicht für den kein Unterschied mehr ist, ob er jetzt online ist oder nicht. Also die typische Frage, wie oft sind Sie am Tag online, kann ich eigentlich mit einem Mal beantworten. Also es hört sich auf jeden Fall nach was an, der den ganzen Tag intensiv, also mit seinem ganzen Körper Einsatz online ist. Ja, aber ich finde Herzblut ist was anderes wie Süchtiger, ne? Herzblutsüchtig? Ich finde, der Süchtige ist süchtig und der Herzblut, der steckt da sein Herzblut rein. Ich weiß nicht, wie es früher ging, wenn man sich mit Freunden abgestimmt hat oder so, aber es gehört halt einfach dazu. Also mein Herzblut hängt auch daran, online zu sein. Wenn man zu sucht, bedeutet ja schon, dass man abhängig ist von der Sache und ist ohne eine Füllung. Genau, das glaube ich beim Herzblut-Onliner nicht der Fall. Herzblut-Onliner für mich hat auf jeden Fall ein Smartphone, damit er immer online sein kann und immer die neuesten News irgendwie hat. Immer schauen kann, was machen die Freunde, was posten die auf Facebook. Jedes Bild wird sofort auf Instagram hochgeladen, damit die Freunde zu Hause auch wissen, was los ist. Über Foursquare wird eingecheckt, wo man sich gerade befindet und das Internet ist einfach immer dabei. Also Herzblut alleine steht ja schon für Leidenschaft. Ich gebe Vollgas in dem, was ich tue. Und das Ganze dann auf den Online-Bereich, auf das Marketing bezogen. Wir sind eine Herzblut-Online-WG, denn wir organisieren unsere WG-Party über Facebook. Unter Herzblut-Onliner verstehe ich erstmal unter Herzblut irgendwas Leidenschaftliches mit Hingabe, vielleicht auch Opfer bereit. Und Online verbinde ich immer mit Online-Sein, also irgendwie mit Internet. Das heißt irgendwie etwas im Internet machen und das mit Leidenschaft und Herzblut. rausholteln traf uns Bebe, Bebe, Pebe. Jetzt das mit Online schreiben auch ihre analogen Briefe aus dem Handy als Beifahrer im Auto, vor. Und schreiben sie per Hand dann wieder ab. Naja, also ich als Hauptblut-Onliner kriege eigentlich regelmäßig Stress mit meinem Sohn, wenn ich mein Handy rausnehme, dann sagt er immer, Mensch Papa, jetzt nicht schon wieder twittern.